Roman Kaispern, morgen geht es gegen St. Pölten, gegen Niederösterreicher. Da kommst du ja her. Komisches Gefühl gegen so dein Heimat-Bundesland zu spielen? Nein, es ist kein komisches Gefühl. Ich war in der Akademie fünf Jahre in St. Pölten, deswegen kenne ein paar Spieler, es sind gar nicht mehr so viele, aber ein paar kenne ich doch. Aber es ist jetzt nichts Besonderes. Morgen kommt der Tabell in Zweite zu unserem St. Pölten ist die Überraschungsmannschaft. Was macht der aus deiner Sicht Heuer so stark zu Beginn der Meisterschaft? Sie haben jetzt sieben Punkte geholt aus drei Spielern, vor allem durch eine sehr geordnete Spielweise, durch eine sehr kompakte Defensive. Da ist es sehr schwer durchzukommen und Torchancen rauszuspielen. Das haben sie jetzt bewiesen in den drei Spielen. Und deshalb wird das morgen für uns auch eine Herausforderung werden, dazu Chancen zu kommen und Tore zu erzielen. Wie groß war der Stein, der abgefallen ist jetzt nach dem Sieg in Alltag? In der dritten Runde endet der erste Sieg. Wie groß war die Erleichterung? Die Erleichterung war riesig. Man hat dann auch gemerkt, die ganze Woche jetzt, dass dann doch die Stimmung ein bisschen gelöster ist, dass es einfach angenehmer ist, wenn man jetzt mal drei Punkte am Konto hat. Und ich glaube, dass wir jetzt mit sehr viel Selbstvertrauen in das Heimspiel morgen gehen können. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass wir jetzt eine kleine Siegelserie starten aus deiner Sicht? Ja, die Möglichkeit ist immer gegeben. Und wie ich schon gesagt habe, es kommt immer sehr viel im Fußball auf das Selbstvertrauen an. Und ich glaube, die Brust ist jetzt da. Die haben wir uns letzte Woche hart erarbeitet gegen Alltag. Und da hast du jetzt einfach wieder so fokussiert und gemeinschaftlich so aufzutreten. Und dann bin ich überzeugt davon, dass wir morgen auch drei Punkte holen. Ich wünsche genau dafür viel Erfolg. Danke, danke. Ja, Chef-Tronter Karl-Axbacher, morgen das zweite Heimspiel der Saison. Es geht gegen St. Pölten. St. Pölten ist das Überraschungsteam. Seien die so stark, wie der Tabellen Rang 2 vermuten lässt? Ja, das wird sich morgen zeigen. Also ich glaube, es ist doch überraschend, dass sie noch drei Runden am zweiten Platz stehen. Aber das ist der guten Organisation der Mannschaft geschuldet, die wirklich hervorragend defensiv arbeitet und im letzten Spiel gegen Sturm Graz zwar sehr wenig Spielanteile gehabt hat, aber auch keine Torchancen zugelassen hat und nicht unverdient gegen Sturm Graz gewonnen hat. Was macht dich zuversichtlich, dass wir morgen im zweiten Spiel Punkte holen könnten nach dem Sieg gegen Alltag? Ja, vor allem der Sieg gegen Alltag. Das war doch für uns alle sehr wichtig, dass wir Erfolgserlebnisse gehabt haben gegen eine Alltag-Mannschaft, die normalerweise höher eingeschätzt wird. Und das gibt uns natürlich auch die Zuversicht, dass wir gegen St. Pölten gewinnen können. Es ist morgen für dich ein besonderes Spiel, St. Pölten. Es ist deine Heimat, Niederösterreich, und es ist dein sechzigstes Spiel als Wackertrainer. Was für ein Gefühl gestern morgen in die Partie, da ist alles ausgeblendet? In erster Linie mit dem Vorhaben, mit Wack-Gensburg zu gewinnen, das ist das Wichtigste. Da ist nicht mehr wichtig, dass ich einmal bei St. Pölten war, aber es wird einige andere Klubs geben, wie Lask und Osterwien eben, wo ich schon in der Bundesliga gearbeitet habe. Also wichtig ist Wack-Gensburg und die St. Pölten-Mannschaft, in der Zeit ist Vergangenheit. War zwar schön mit dem Aufstieg, aber das ist wirklich nur mehr Vergangenheit. Die Leute haben in deiner Heimatgemeinde, drucken die St. Pölten, die Damen oder noch Wackertrainerinsburg, wegen dir? In meiner Heimatgemeinde denke ich doch mehr Wackertrainerinsburg, denn die wollen schon, dass ein Bürger aus der eigenen Gemeinde Erfolg hat und vielleicht auch einmal, vielleicht sogar die eigene Gemeinde mal erwähnt und sagt, von wo er herkommt. Sehr gut, ja dann wünschen wir viel Erfolg dem Niederösterreicher. Für Wackertrainerinsburg. Ja, danke vielmals, danke.